Hey Kau, glaubst du, dass wir bei den derzeitigen BTC-Preisen in Bereichen bleiben werden, Januar, Februar? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, sehr, sehr schwer zu sagen. Wir können uns angucken, was wir in der Vergangenheit hatten. Wie lange hat so eine Phase gedauert, wenn wir, wenn wir in der Bodenbildung waren? Ich würde mal sagen, das ist die Phase von hier gewesen bis die Phase dort gewesen. Das waren ganze 100 und runden immer auf 40 Tage. Was haben wir hier gehabt? Ich würde sagen, von hier nach eher dort, wo wir den ersten Aufschwung hatten, 290 Tage. Jo, Frage ist jetzt, was wir hier machen werden. Fängt die Bodenbildungsphase schon von hier aus an? Dann wären wir jetzt schon gute 162 Tage mit bei. Fängt die Bodenbildungsphase von hier unten an? Und das geht dann auch seine, sagen wir mal, 200 Tage. Dann wären wir im Mai, Mai 2023 ungefähr. Schwer zu sagen, mein Lieber. Schwer zu sagen, ob das jetzt schon die Bodenbildungsphase war, wir hier ein tieferes Tief gesetzt haben, das von hier aus jetzt noch umgeht und wir nicht weiter runter gehen werden. Weiß ich nicht. Fibonacci-technisch sollte es das eigentlich gewesen sein in diesen Bereichen. Und hier, wo ich die drei Balken gesetzt habe, in diesen Bereichen oder drumherum, haben wir historisch immer zwischen den beiden Bullruns den Tiefpunkt gebildet. Nach dem Golden Ratio bemessen. Ist faszinierend. Finde ich persönlich zumindest. Und die Frage ist dann, werden wir ein neueres Tief setzen? Aufgrund der Ökonomie, aufgrund der Wirtschaftslage komplett global gesehen. Schauen wir da mal. Ich habe euch gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier im Kryptomarkt, nachdem wir dieses Jahr ein Tief gesetzt haben, nächstes Jahr ein noch tiefes Tief setzen, wenn die Börse komplett abschmiert. Ob es so kommt, werden wir sehen. Ich glaube, bis dahin werden wir eine kleine Rallye sehen, sowohl auch in der Börse, als auch hier im Kryptomarkt. Und dann, wenn der richtige Pivot kommt, dann wird die Börse komplett einstürzen. Der Kryptomarkt wird mit einstürzen. Verhältnismäßig, aber nicht so stark wie die Börse. Bei der Börse werden wir meines Erachtens nach neuere Tiefpunkte setzen. Bei Bitcoin wird es dazu führen, dass wir einen Backtest des Tiefpunktes haben. Und was bedeutet Backtest? Heißt Backtest jetzt unbedingt, dass wir genau diesen Tiefpunkt erreichen müssen, den wir vorher hatten? Heißt es, dass wir genau diesen Tiefpunkt hier antesten müssen? Nein, das hier ist auch schon ein Backtest. Backtest bedeutet nicht, dass wir genau auf dieselbe Preistargets heruntergehen sollen. Wir gehen in die Bereiche. Wir gehen in diese Bereiche runter. Man kann niemals auf dem Punkt genau sagen, das war dann ein Backtest. Wir sind hier in diese Bereiche heruntergegangen. Und das zählt schon als Backtest. Kann es sein, dass es dann so kommt? Ich glaube eher, das wird so kommen. Sowas ähnliches wie hier. Es wird hochgehen, runter. Und dann werden wir, je nachdem, ob das jetzt schon der Boden war, oder ob wir noch tiefer fallen oder wie einige Experten jetzt behaupten, dass wir auf 10.000 bis 9.000 gehen eventuell. Je nachdem, was wir hier als Tiefpunkt setzen werden, meines Erzten nach, wenn wir die Rallye sehen danach und die Börse danach dem Fat Pivot komplett einstürzt, werden das die Bereiche sein, die halten werden im Kryptomarkt und im Bitcoin. Ob es so kommt, das werden wir sehen. Das ist die Spekulation, die ich habe. Melde dich mit unserem Link in der Videobeschreibung bei BingX ein und erhalte 50 Euro zum Traden, ohne dass du eine eigene Einzahlung tätigen musst.